Willkommen zum Finanz- und Wirtschaft-Börsen-Cocktail. Heute gibt es den großen Marktausblick 2023. Hier im Studio Chefredakteur Jan Schwalbe und Rössorleiter Philipp Wegler. Ich heiße Simon Stern und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir freuen uns auf jegliche Kommentare und Inputs. Und jetzt geht es zum Marktausblick. Jan, 2023, wird das ein gutes Jahr? Das ist natürlich die Gretchenfrage jetzt. Das letzte Jahr war nicht besonders gut. 2023 hoffen alle drauf, dass es dann wieder ein richtig gutes Aktienjahr wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich halte es da mit dem Goldman Sachs-Strategen, ein bisschen eine Legende, finde ich, David Costin. Und der sagt, 2023 wird es kaum Fortschritte geben. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ich bin da sogar noch ein bisschen pessimistischer als er, weil Costin sagt, wenn es das sogenannte Soft-Landing gibt, das heißt, trotz Wachstumsverlangsamung dann schlussendlich keine Rezession, dann könnten die Kurse auch steigen. Und ich glaube, dass auch bei einem Soft-Landing nicht wirklich ganz klar ist, dass die Kurse sofort wieder anziehen. Denn wir haben doch gewisse Probleme im Aktienmarkt. Da geht es um Marschen, da geht es um Gewinnsteigerung. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass wir im Moment schon einiges vorwegnehmen. Und 2023 wird ein schwieriges Jahr. Das heißt, du empfiehlst gar keine Aktien? Das wäre natürlich auch wieder ein bisschen zu viel. Ich empfehle schon die ein oder andere Aktie. Und ich glaube, man sollte die Position langsam aufbauen, weil viele sind jetzt auf der Seitenlinie. Aber vorsichtig. Okay. Welche Aktien empfiehlst du denn? Ich habe jetzt erstmal ein paar internationale Tipps, die kommen alle drei aus den USA. Und das sind alles drei, und da möchte ich Sie wirklich ein bisschen vorwarnen, Risikoinvestitionen. Weil ich glaube, im nächsten Jahr muss man die richtigen Aktien wählen. Und das kann dann mal richtig aufgehen, oder das kann aber auch schief gehen. Und da habe ich zuerst ein Unternehmen, das heißt Chipotle. Leute, die gerne nach Amerika in die Ferien gehen, die kennen das Unternehmen. Das ist eine Fastfood-Kette. Die machen mexikanische Burritos, so ein bisschen Tex-Mex-Style. Und die haben mittlerweile, und die hatten mal Probleme, aber mittlerweile haben sie ihr Geschäft wieder so richtig im Griff. Die wachsen, haben dieses Jahr 200 oder 250 neue Filialen aufgemacht. Und zwar in kleineren Märkten. Und haben da gemerkt, das funktioniert richtig gut. Und dadurch haben sie sich einen neuen Markt erschlossen. Und die werden so richtig nochmal durchstarten, glaube ich. Und auch die Aktien. Dann zweitens habe ich ein Unternehmen, das heißt Etsy. Das kennt man hierzulande nicht so gut. Das ist so eine Art Marktplatz für selbst gebastelte Sachen, online natürlich. Und die waren so in der Corona-Pandemie so richtig super gut. Die Aktie ist durchgestartet. Und jetzt kommt die große Ernüchterung. Etsy hat 60, 70 Prozent verloren. Gleichzeitig, wenn man es mit 2019 vergleicht, haben sie ihren Kundenstand verdoppelt. Also denen geht es eigentlich gut, aber der Markt straft sie im Moment ab. Und ich glaube, diese Wette, die lohnt sich. Das ist eine Risikowette, weil die könnten auch Marktanteile verlieren dann noch an Ebay und so weiter. Aber ich glaube, Etsy ist richtig gut. Und dann kommt noch ein richtiger Klassiker, den viele Leute einfach abgeschrieben haben. Und das wäre General Electric. Mal das Unternehmen schlechthin, weltweit. Also jeder hatte General Electric im Depot. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Die Aktie hat auch stark gelitten. Und warum ich sie jetzt wieder gut finde, ist, General Electric wird so richtig fokussiert. Die spalten im nächsten Jahr oder spätestens dann Anfang 2024 zwei Teile des Unternehmens ab und sind danach so richtig auf den sogenannten Aerospace-Bereich spezialisiert. Das heißt so in der Flugbranche. Und da sind die top. Und das gilt so ein bisschen auch als Kronjuwil innerhalb von General Electric. Also da würde ich auch zuschlagen. Dann hoffe ich, dass du mit deinen Tipps richtig liegst, nicht aber mit deiner Prognose zum Aktienmarkt. Philipp, was meinst du eigentlich? Ich bin nicht so pessimistisch. Für die Börse ist ja wichtig, was die Notenbanken tun. Und die Notenbanken, die schauen auf die Inflation. Bei der Inflation, da zeichnet sich eine Entspannung ab, die kommt herunter. Einerseits ist Energie deutlich günstiger geworden. Andererseits sind die Probleme in den Lieferketten weitgehend verschwunden. Das heisst, das Angebot nimmt wieder zu. Das drückt das Preisniveau herab. Und es besteht die Gefahr einer Rezession. Da werden die Unternehmen und die Haushalte zurückhaltender. Und das nimmt auch etwas Druck weg von der Inflation. Aber warum erhöhen die Notenbanken die Zinsen, wenn wir auf eine Rezession zusteuern? Ja, das wirkt tatsächlich paradox. Für die Notenbanken hat die Inflation Priorität, weil sie ist einfach sehr hoch. In Europa beträgt die Inflationsrate 10%. In den USA gut 7%. Und das Ziel ist bei 2%. Also sie müssen etwas unternehmen. Trotzdem glaube ich, dass sie im Frühling etwas moderater werden, kleinere Zinsschritte machen oder gar keine mehr. Zudem wird die Rezession nicht so schnell kommen, weil der Arbeitsmarkt ist sehr stark. Die Arbeitslosenquote ist tief. Das hilft der Wirtschaft. Und dann kommt man so fast in ein kleines Goldilocks-Umfeld, wo die Märkte hoffen, aha, es gibt eine sanfte Landung der Wirtschaft, keine Rezession. Und das ist natürlich gut für die Börse. Also wird alles gut? Zuerst schon. Dann wird es aber noch mal schwierig. Weil in der zweiten Jahreshälfte könnte es dann wirklich nochmals einen Inflationsschub geben. Ein Grund dafür, ein wichtiger, ist China. China hat ein grosses Problem mit der Corona-Pandemie. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das dann spätestens auf den Sommer hin entspannt. Und dann steigt die Nachfrage in China und auch die Nachfrage nach Energie. Und wenn dann die Ölpreise wieder steigen, dann kann das wieder Inflation geben. Aber jetzt konkret, was ist deine Prognose? Ich würde sagen, für das erste Halbjahr sieht es für die Börse gut aus. Da sollten Kursgewinne im zweistelligen Bereich drin liegen. Aber nachher im zweiten Halbjahr, dann wird es dann noch mal wirklich schwierig. Vor allem, wenn dann die Notenbanken richtig noch mal bremsen müssen und eine Rezession kommt. Apropos Rezession und Inflation. In der Schweiz ist alles viel moderater. Hierzulande ist die Inflation bei drei Prozent und die sollte jetzt dann langsam runterkommen. Und eine Rezession sollten wir eigentlich vermeiden können in der Schweiz. Das heisst aber nicht, dass es für Schweizer Unternehmen einfach ist dann im zweiten Halbjahr. Weil wenn es in ihren Absatzmärkten Probleme gibt, dann ist das natürlich für die Exporte schwierig. Stichwort Schweiz. Jan, wir haben vorher deine internationalen Aktientipps gehört. Wie sieht es aus mit Schweizer Aktientipps? In der Schweiz gehe ich jetzt doch mal richtig auf Nummer sicher. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man im Portfolio auch Aktien hat, die mehr oder weniger egal, was passiert, eine solide Performance hinlegen. Und da habe ich eine Aktie, die uns ein bisschen enttäuscht hatte, so in den letzten zwölf bis 18 Monaten, glaube ich, waren es. Und das ist Sika. Sika war so ein bisschen das Lieblingskind der Schweizer Börse. Und dann plötzlich ging es Bach ab. Und die haben sich jetzt leicht erholt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es noch nicht zu spät ist, da wieder auf den sogenannten Sika-Zug aufzuspringen. Das ist ein Baustoffzulieferer für die, die Sika nicht kennen. Die meisten kennen es. Da sieht man auch immer die Autos rumfahren. Und Sika ist wirklich total vorbildlich. Und Philipp, du hast vorhin so ein bisschen Softlanding, Rezession etc. angesprochen. Und wann kommt sie denn nun? Sika ist im Prinzip, wie man so schön sagt, no matter what, die sind vorbereitet. Die können eine Rezession durchstehen. Die Sachen sind immer gefragt. Also von dem her, Sika ist mal ein Tipp, den ich geben würde. Und dann der zweite, ich weiß, viele sagen, oh, wie langweilig. Aber ich komme trotzdem mit Zürich Insurance. Zürich Insurance, die haben eine wahnsinnig hohe Dividendenrendite. Ich glaube, die ist irgendwo bei 5%. Ich habe es nicht genau nachgeschaut. Und Sika bzw. Zürich Insurance, die können im Moment auch, die haben ein bisschen Preismacht im Versicherungsbereich. Und dadurch können sie ihre Verträge zu besseren Raten neu abschließen. Also ich glaube, mit Sika und Zürich ist man schon mal ziemlich gut bedient. Und dann vielleicht noch ein bisschen spekulieren mit Chipotle, Etsy und General Electric. Und schon hat man gar nicht so ein schlechtes Portfolio. Jetzt würde mich aber interessieren, Simon, du schaust dir den Markt auch immer sehr gut an. Und hast du noch Tipps? Ich schreibe ja über Luxusgüterunternehmen. Und da muss ich sagen, wenn man sich die letzten Halbjahresresultate von Rieschmo anschaut, die sind ziemlich stark. Und ich denke, dass die auch nächstes Jahr gut überstehen werden. Die haben so Parademarken wie Cartier. Und das sind einfach Kultmarken. Und die werden auch weiterhin gut laufen. Warum denn nicht Swatch Group? Also ich denke immer im Moment, China wird sich erholen. Pandemie ist jetzt da auch vorbei. Ich vereinfache jetzt das ein bisschen. Und dann ist Swatch Group da einfach besser positioniert. Also wenn ich ein bisschen Risiko nehme, würde ich persönlich eher Swatch Group als Rieschmo nehmen. Was denkst du denn? Ja, das ist ein guter Ansatz. Also man muss natürlich einfach sagen, Swatch ist mit China risikobehafteter. Die sind China stärker exponiert als Rieschmo und auch andere Luxusgüterunternehmen aus Frankreich, wie LWMarsch und Kering. Da muss man sagen, man kann das Risiko eingehen, wie du es vielleicht machen möchtest. Es ist natürlich schwierig vorauszusagen, was in China passieren wird. Wenn China aufmacht, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, zum Beispiel Swatch einzusteigen. Und dann geht es mit der Aktie vielleicht auch nächstes Jahr aufwärts. Aber wenn das nicht der Fall ist, und das können wir alle nicht voraussagen, dann würde ich sagen, ist Rieschmo tatsächlich unter den Schweizer Luxusunternehmen die bessere Wahl. Ich kann mich erinnern, Simon, du hattest einen Artikel geschrieben, das ist so drei, vier Monate her. Da ging es um die Frage, ob Luxus oder Fast Fashion, und das sind H&M und Inditex und so weiter, besser sind. Und damals fandest du ziemlich klar, Luxus muss man haben und Fast Fashion ist out. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir doch so langsam Richtung Rezession tendieren. Da bin ich schon gespannt, ob du immer noch dieser Meinung bist. Ja, da habe ich tatsächlich meine Meinung etwas anpassen müssen. Und zwar sieht man bei allen Konsumgütern ein sogenanntes Trading Down. Das heißt, dass Menschen bei nicht essentiellen Konsumgütern, wie jetzt Fashion, aber auch bei gewissen Lebensmitteln, auf die tiefere Preiskategorie setzen. Also, dass sie anstatt ein T-Shirt für 500 Franken bei Saint Laurent kaufen... Moment mal, wie viel Franken? 500 Franken, ja. Für was war das? Für ein T-Shirt bei Saint Laurent, und das ist gar nicht mal so teuer, muss ich dich leider enttäuschen, dass sie anstattdessen ein T-Shirt für 50 Franken bei Zara kaufen. Und diesen Trend wird man im nächsten Jahr schon in vielen Konsumkategorien beobachten, auch bei Food und so weiter. Ich muss da erstmal einen Schluck von unserem Glühwein nehmen auf dieses 500 Franken T-Shirt. Das ist ja schon mächtig und da ist natürlich gar keine Marge drauf, nehme ich an. Doch, also die Margen sind ziemlich hoch. Da muss man schon auch einen Unterschied sehen. Diese Luxusmarken, die leben ja auch von ihrem Image. Die leben von einem gewissen Status, den die Menschen präsentieren möchten, wenn sie diese Sachen tragen. Deswegen, du bist nicht unbedingt mit einem Saar oder Haar und einem T-Shirt qualitativ viel schlechter bedient. Spaß beiseite, unter den Fast Fashion Anbietern, was ist da dein Favorit? Also unter den Fast Fashion Marken, da würde ich auf Zara setzen. Zara gehört zu Inditex, das ist ein spanisches Unternehmen. Zara hat ein sehr starkes Geschäftsmodell. Die sind vertikal integriert, das heißt, die kontrollieren wirklich alles, von der Herstellung, der Produktion, dem Design bis zum Verkauf. Und die können sich da auch den Modetrends extrem schnell anpassen. Deswegen haben die so viel Erfolg. Da sind die absolut unschlagbar. Also dieses Anpassen an die Modetrends, das machen die wie kein anderer, glaube ich. Da sind sie absolut die Nummer eins. Apropos Trading Down. An der Bahnhofstrasse, da sieht man ganz viele Leute, die stehen da Schlange vor den teuren Läden. Wie passt das zusammen? Ja, der Weihnachtsverkauf, der läuft sehr gut. Und der sieht dieses Trading Down tatsächlich noch nicht. Ich glaube, die bösen Überraschungen der höheren Rechnungen, die kommen erst zu ganz Ende Jahr. Und das erwartet man in dem Sinn auch im nächsten Jahr erst, dass man dieses Trading Down wirklich auch im Konsum sieht. Die Weihnachtszeit, die läuft gut aus jeder Hinsicht. Und deswegen würde ich sagen, stoßen wir auf die Festtage an. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit von der ganzen Redaktion der Finanz und Wirtschaft. Frohe Festtage. 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 Frohe Festtage.